so hallo Freunde der gepflegten Abendstunde ist wieder die Bezug auf am Stil zu sehen mit der Säge zwei Haderwöse sicher von einem Spaß als gut das 30 der Lobby freut ihr euch auch mal wir gucken ob ich hier irgendwelche Kassen Beuys finden Tue die ich an meiner kleinen Kuh ohne wird schon lassen schattet so gut gut können davon es sind auch zwei Buden haben sie das Bescheid Leute und die Treffer weil ich bin das nicht so gut sind das ist so wichtig sind es nicht der Bedeutung des Kassel ist schon ein paar Seiten waren da hat er meine Kassel Wagen drum du hast die Klappe, ich bring dich um, ich bring dich um, du verdammte Stück Scheiße bleib stehen jetzt gibt es einen Einlauf, Alter, ich mach dich fertig, ich sterbe ist nicht tot was für ein Gollum, Alter jetzt mach ich extra einen Sturzflug zu mich opfern, der Arsch steht immer noch so, nehme ich mir jetzt einen Bastard dann gibt es ein bisschen hier öffentliche Bastardfinanzierung 1.0 ihr wisst Bescheid ach, dein Freund so ein Helfer, verpiss dich von hier so, genau, ich fisch ein bisschen mit dem Bassard rum, ist ein bisschen spannender so dödödödödödö okay, ne, ich kann nicht mit sich, bin zu blöd dafür so, mal gucken, ob ich auf diese beiden schnitten Menschen da vorne treffe ich werde gleich gar nicht 20.000 Dollar bezahlen oh, sauber gar nichts bezahlen Läuft irgendein Auftrag hier oder... Ja, es läuft irgendwas gut. Ich kenne mich den Typen auch noch, aber ich glaube, sehr weniger. Oh Mann, hier habe ich mich so gefreut, ey. So, wo ist der kleine Boden? Hansel, den haben wir hier unten. So, dass lieber ein Doktor kommt. So. Ich werde später auch ein bisschen Musik abspielen, keine Sorge, ihr müsst euch mal ein Gelaber nicht so lange geben, aber ja. Am Anfang geht ich mal ein bisschen, weil ich cool bin. So, was baut denn der Affe da vorne? Äh, das ist ein Neffen-Level, der Affe. 104, schämlich. So, ich habe einen Bastard und keine Savage, also Kämpfe. Da ist der, ich sehe ihn nicht... Okay, ich werde den Scheißschuss. Äh! Oh, der was geht nicht, Alter. Ich kenne meinen anderen, der ist so schlecht. Ich bin ja kein Arsch, der tut mir nur Loops. So, ich kenne diesen Bob... Das ist ein komischer Name, ich komme da von Zung-Crips, ein bisschen andere Sachen. Die gammeln wir beide im Tunnel rum, diese krassen Killer-Boys hier. Du entkommst mir nicht, hä? Dieses Arsch mit seiner Scheiß... Oh Gott, nein, ich hasse ihn nicht. Ich mag dich nicht, mal piss dich! Ne, 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 ne! Geh weg! Du bist schwul, Mann, verpiss dich von hier. Braucht keiner, oh fuck. Äh, Leute, ich muss hier raus, das hat bisschen Gründe, ne? Äh, 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 Mama. Geh weg! Du bist scheiße! Komm her, Mann, ich kenne dich, mach dich so fertig, ey. Komm her. Ihr flucht dich, Alter, hä, 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 ist so dumm. Ja, ja, ist wie einfach geschossen, Alter. Komm her, Mann, ich kill dich schon, Alter, was ab? Ich mach dich so fertig. Äh, äh, äh. Ich geb's auf, ich kill ihn, glaub ich doch nicht. Oh, scheiß Bullerei. Oh. Ich bekomme Ebola. Okay, jetzt mal außen rum. Okay, Leute, ich hab mir jetzt aus taktischen Gründen noch ein Nesterwetsch, glaub ich jetzt. Oh, dieses Arschlag, ich hab' ich noch so voll. Jetzt ist, jetzt ist das Spaß dabei. Jetzt hab' ich einmal lustig, ist ein bisschen Spaß verbreiten, dieses Stück Scheiß, wir werden einfach nur rumcampen hier. Geht ja mal gar nicht, ey. Ach, ne, komm, ich will mir jetzt mal, ne, ich hab mir jetzt das Erwetsch, sonst wird so langweilig hier. Oder soll ich einfach im Bodenkampf machen, nicht immer dieses Luftgegel-Limmel da. Ja, komm. Ich geh jetzt mal rufen die Wüste, mach' mal im Bodenkampf, Leute, weil ich cool bin. Und weil ich ja beweisen will, dass ich kein Gehunterlord-Lappen bin, der, der nun der Savage kommt, gar mit irgendwelchen Lappen im Bodenkampf killt. Was? Im Bodenkampf killt? Gehunterlord im Bodenkampf. Ja, stimmt, bei dem ist ja Bodenkampf, Juggernaut-Outfit, ne? Ihr wisst Bescheid, Leute, ja, scheiße. So. Ja. Er ist genauso, wie man Bastard, einfach nur scheiße. Ich kann fliegen, aber nur ausmauern. So, ich würd gern jederzeit ein bisschen vorspulen. Ich geh jetzt mal da oben hin zu diesen Affen da, ja, komm. So, mal gucken. Heute ist ein bisschen Comedy am Stüsel. Weil ich gute Laune hab, frage mich nicht, warum heute das Wochenende ist. So. Mal gucken. Die Musik ist ja genauso scheiße, wie heute in der Mattenzüge stellen. So. Schneller. Altes Rossflieg. Okay, so. Zwei Feinde. Ein ist das Ziel. Level 7. Ach Gott, Alter, nee, ey. 7.22 10.0. Easy. Für ihn. So. Ich, ich werd. Ich muss mit dem Lab nicht mein Helm aufziehen, Leute. Oh Gott, du bist so ein. Am selten Stück Scheiße. So. Aber ich nehm jetzt kein BST, Leute, weil ich bin ja keine Pulsion im Gegenlevel. Er will, äh, 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 äh. Er will, ich nehm ja kein, gegen den BST, ich hab' keine Art mehr. So, treffe ich ihn natürlich nicht, weil ich scheiße bin. Oder, ah, mal gucken, ich treffe dich, schon nach was ab. Ich hätte ich ihn. Halb stehen! Hör auf! So treff mich dich gar nicht, wenn ich nicht stehen bleibst. Halt die Klappe, geh weg! So, aus taktischen Gründen muss ich ihn jetzt hinterherjagen und ihm meine Fetterkirche von den Arsch schreien. So, weil Fahrerflucht geht gar nicht hier bei mir, das ist ja ne, das ist ein Kriegsverbrechen, Mann. Du bleibst jetzt still und war rechst. Was? Ich bin zu blöd zum Treffen, ich höre aufzuspüren, ich bin zu meinem Kürzel der Fortschneid. Öh. Oh Gott, Alter, schau's, oh Gott, meine Fußgänger sind die besten, Alter. Ich bin zu gelaufen mit, oh Gott, Junge, die kann aber auch keiner mehr helfen, ne? Junge, du drehst dich im Kreis, ich hab'n scheiß Opress. Gott, steh dir bei. Leute, ich gehen anderen töten, der ist, ne, der ist für mich zu gut, Alter, der ist viel zu gut für mich, dem kann ich nix ausrichten. So. Wo ist denn der Arsch hier unten? Ach, ich kann mich nicht mehr da mal, weil ich gut bin. Öh. Nope. Kollege, du bist aber auch nicht, du bist aber auch nicht viel schlauer, dein Kollege, glaube ich, ne? Oh Gott, steh dir bei, Alter, meinst du noch blöder als dein Kollege, ey? Oh, Junge, willst du mich jetzt... Muss ich... Muss ich dir jetzt erst mal hinterher rennen? Nein, muss ich nicht, Dankeschön. Okay, Leute, ich hab' mir jetzt einen Kampf, Shit, das wird mir jetzt jetzt so minderwertig, Alter. Hier ist eigentlich eine Loops unterwegs, glaube ich, nicht so eine labbigen Lobby. Äh. Ach, ne, komm, ich kille auch mal die beiden Loops hier, ist ja interessant. Und wirkt professionell, und siehst du, das könnte ich irgendwas. Okay, Leute, ich weiß mal richtig krass ein Skillkill. Ich springe raus, ziehe den Fallschirm, nimm meine MP. Ich ziehe ihn aber nicht mal. Ich gebe ihn Headshot. Öh, nein, nein, ich will dich töten, nein, ja, Mann. Das ist ein Skillshot, Alter. Dann tue ich den Fallschirm weg, ich gehe in Ego rein, laufe zickzack, gebe einen Headshot mit einem Schuss, zwei Schüssen, drei Schüssen, vier Schüssen, fünf Schüssen und scheiß drauf. So. Und reinne ich hier hoch, mit meiner Gefechts-Imgermg-K2, mit Gold und Patriot. Und dann knall ich mich mit der Liegen Bullen auf mich, weil sie einfach keine Hobbys haben. Und dann geht der Arsch von mir Passiv, weil das ein großer Tryhader ist. Oder? Wieso Passiv? Äh, 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 scheiß, ja. Warte, die Klappe. Äh, äh, klappen, genau wie du. Oh, komm, echt jetzt, Mann? Leck mich doch im Arsch, das. Oh, fuck. Keine Arte. Okay, jetzt schweinhalb des 30er Lobbys, da. Seit fünf Minuten läuft das Video geschätzt und bis jetzt nicht eine Zinke gemacht. Ach, miese Zeiten. Okay, was? Zwölf nur noch in der Lobby wollte mich... Verarschen? Mann, ist das Papier, der ist hier, ey. Äh... Okay, tut mir leid, Leute, aber egal. Ist was anderes. Es ist sehr was anderes, weil ich schrei nicht rummeinkämpfen. Das müsst ihr mal zu würdigen wissen. Ich schrei niemanden an. Ich beleidige es in das Bastarde. Ich bin so lustig, nein, bin ich nicht. Okay. So, was sind die ganzen Leute? Jetzt war vorne 24er Lobby, glaube ich, Mann. Oh, komm, schon ein bisschen miese. Was soll denn wir machen? Und so bestände stehen und so etwas. Ich will mal ein Kampfjet. Das ist schon ein bisschen mies. Irgendwie, ich weiß, dass das 30er Lobbys hat 10 Minuten auf das Video. Und ich habe einen Zinke gemacht von 27 Leuten auf 12 Runter. Bestes Video. So, EU-West. Thank you, Sir. Your spectacular aircraft is now ready for you at our nearest airfield. Mal gucken, vielleicht kommen wir doch noch so 10, 12, 21. Ne, die Events ja 32 gibt gar nicht. Matte Genie ist ja. Jetzt falle ich erst noch voll ausmauern, weil ich grübeln. Ja, Mann. Okay, das will wirklich voll ausmauern. So. Okay, mal gucken. Irgendwelche Bodenhandel hier zum Belasten. Äh. Das ist aber eine sehr magrige Ausbeute. Für einen Freitagmittag. Ah, ich gehe mal zu den beiden Affen. Und scheuche die mal aus der Lobby raus. Diese Bodenhandel, der mit diesem Belasten kann, du bist Bescheid. So, fliegen wir doch mal hin. Mit schöner Musik hier. So, Leute. Könnt ihr irgendwas mal so Rage-Quitten gehen wie uns Fanta 7, Alter? Geht es nur mir auf den Zack oder auch euch? Oh, Mann, ey. Ach Gott, schätze. Wenn ich Dishen wieder sehe, mit dem Wagen von Kampfnet wegfährt. Oh Gott, stehen bei. Für seinen krassen Skill. Muss er belohnt werden mit einer Tapferkatz-Medaille von Trump. So. Wo ist der kleine Arsch denn? Ich werde ausgleichen, ich werde ein Low-Level. Was hat der für ein Level? Ich sehe ihn nicht. Ich bin zu schlau. Wo ist der Arsch? Na, keine Ahnung. Also, Ge-Rage. Sag mal, Leute, was ist los mit euch? Seid ihr alles so Pussys? Habt ihr so viel Scheiße gefressen heute beim Frühstück oder was? Oder warum? Welche Spielt ihr alle? Das ist ja schrecklich, Alter. Das ist ja schrecklich pur hier. Mann, 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 Mann. Wo wollen wir bei Ebola? Was sind andere Sachen? Mann, lecker Tippavers. Ah, das ist ja alles so Baseball aus. Kriege ich doch mal den hier. So, mal gucken. Ah, ja, Mann. So, den habe ich gleich, war das Abweiter, ein, ein Anführer, weil ich cool bin, dann habe ich ihn. Und? Aha. Aha. 1-0. Ich finde mich für cool. Wer ausgleichen, die Lone, die Worten, die Spitzung, geht sogar. So, es gibt einen Einlauf hier. Und weil das so cool ist, geht der 100 pro Passwoller gewünscht, bitte nach zwei Minuten. Mal gucken. Betten wir? Mal gucken. So. Mal gucken. Mann, das ist doch für mich langweilig, ey. Ich meine, ich bin bei mir. Äh. Äh. Da. Äh. Da. Ich bin bei mir. Äh. Ich bin bei mir. Das ist cool. Weil ich weiß ich als oitter Gangsterbo telephone. Also schätze ich, wo steht denn du. hier und dann zu gelassen jetzt kommen was ist das zu großen sich und wieder sind aus der pp-wäschung gemacht mal gucken würde ich noch mal in die stadt kann also heute ist echt ein scheiß tag muss man nicht mal sagen an der stelle ist echt ein scheiß tag keine noobs zum killen da das geht ja mal gar nicht bis auf welchen Zeitpunkt ist er wo haben wir denn die aufzüllen so dagegen gehen um das Haus schießt Lebensstil aber ich will sagen das ist ein Schuss der Vorlieben und verdammte doch die so der der volk hat der schuss und anflug schluchte mit explodern bockmann die alders geht und kaputt und fertig wenn man mit explorern auf mich zu wixen ich glaube es nicht so glücklich war es richtig krassen skill anflug wieder mit fallschirm und ich werde sterbt gleich voll hart weil er mich mit auton perfekt aber egal ich muss jetzt gebe weiter es wird ein cooler kristallte von level keine ahnung und was wird lappen ist 178 schämst du dich nicht 168 mal nicht so ich nun kann bis hier mögliche ergeben wenn es beschert gott als mannett zumal dieses ding ich habe was gegen kämpfer beim wochenende wirklich schulden Hätte ich nur BST genommen, Alter, ich habe ihn gekillt, das zählt. Ich werde auf jeden Fall schauen, was das für ein Skillspieler ist. Was ist das denn hier? Okay, gut. Mit Explosniper, also wenn er jetzt noch damit zusammen tut im Bodenkampf, dann ist es vorbei. Also dann nämlich BST, Panzer und Großorganisation, Wegspringen, alles Alter. Und weil es halt ein kleines Stück Scheiße ist, wird er von einem Panzerfaust schießen oder sterben. Mit einem Antikschuss in den Kopf. Oh Gott, steh mir bei, Explos, Schrot, Flinte im Bodenkampf, Explos, Sniper, wegrennen. Oh Gott, steh mir bei, das tut echt scheiße. So, ist mir egal. Witziges Content für YouTube. Okay, das ist nicht witzig, das ist traurig, aber trotzdem. Also ein trauriges, witziges Ding. So ein Sniper kaufen, ich nehme ein paar Schuss von meinem hartes Spätengeld. So, hier. Ach komm, ich nehme keine Explos-Waffe, das ist mir zu... Ey, ich gehe hin zu. Also mal gucken. Ey, der kämpft echt wieder hinter der nächsten Mauer, als ich will mich dann wieder wegfetzen, wenn ich dann untergegen Explos-Waffe. Ich seh's schon vor mir. er wird nicht über den berg laufen er wird nicht über den berg laufen man der würd sich machen eine würd sich tun der scheiße ist guck da muss ich auch keine klappe da unten getroffen immer noch nicht die klappe geht doch mal gucken würde auch schätzbogen tut weißt du was meine vermutung geschätzt sind du hast dir selbst deine explosive waffen durch harte arbeit mit scharkrat gekauft wo bist du jetzt hingegangen geklischt das wirklich blöd da kommen also richtig traurig heute hier wie ist es überhaupt ist eine wiese der halte es kobe es irgendwas ist da ist der dieses haus die port sind du für eine made alter so ab zum nächsten sagt voll scheiße an der stelle also ok das wird für etwas langweiliges video werden aber mal gucken vielleicht gefällt euch auch welche gute laune ab wenn ihr das video deshalb gut habe ich wieder schlechte launen und schreibt nächstes mal wiederum so da ist ja ein paar bestimmte alpha kevins immer gibt die einfach keine andere hobbys haben außer meine videos zu disliken naja wenn sie wieder gut schlafen könnt ihr uns das machen so gut target club wo haben wir denn das schöne oppressorchen da vorne ok ja ich geh jetzt noch den typen paar mal killen wenn er ist der rage queen drücken euch auch mit dem video zu wenig jetzt schon hier ich glaube ich nenne das nicht vor allem ist es dreißiger lobby sondern big boss wissen ich glaube das ist zehner lobby das soweit ist der komplette drin ob gut sehen diese zeiten das palme ja mann ja mann ist da ok und so aktivieren euch kümmern ich kann fliegen nein kann ich nicht so scheiße ok mal gucken der kleine kev geht ins bekleidungsgeschäftchen oder nicht hat der wagen vorher ne krankenwagen da jui jeder wagen ist einfach glaube ich ja geil für ein lauch alter anstatt auszusteigen und mein feuer zu wieder nein da hält sogar an ganz netter ganz netter alter das ist ein richtig netter typ ach komm junge ich bin ein richtig netter ärger mann und geb dir jetzt ein bisschen anteil weil du so nett bist hier aber sogar angehalten das leute dummestück und ich bin so nett gibt es sogar noch gelten du hast einfach ab keine dankbarkeit mehr die leute ey keine dankbarkeit mehr so ich bin noch ein jetzwerd sag ich hör auf mit der wäschkündigt aber das war jetzt ziemlich früh oh god mit rechnen bezahlen schwuchtel 1000 Dollar ist auch wieder schlechte Laune egal, noch mal 10.000 Dollar, als würde ich gut noch kommen oh Gott, das sind Zollerwagen oh scheiße, 80 Millionen, Alter, das ist wirklich die 3000 oh scheiß drauf küchere ich den Boden in den Hansen noch mal, Leute, du wirst Bescheid ähm komm, früh etwa, ich gehe dich guter Beugeln und ich werde ihn eh nicht kämpfen, weil ich scheiße bin oh Gott, Alter, was ist das für ein Move gewesen oh Gott, war der schwul ne, okay, manche lege ich krassen Beuckel zieren MP in die Hand oh Gott, alles so richtig damit hier so okay, Leute, ich höre es an der Stelle auf mit dem Video war zwar nicht so voller Action, aber ich bin auch nix dafür, bin hier nur schon drin ich habe das Video gefallen, wenn ja, das ist ein Like da, wenn nicht geht euch vergraben, würde ich sagen Peace out, bis zum nächsten Mal auch mit dem Video wie bei der ich bin die ich